Ab dem 18. Februar ist Amira Pocher auf der Let's Dance-Tanzfläche zu sehen. Die Ehefrau von Oliver Pocher tritt in diesem Wettbewerb gegen 13 weitere Promis an. Einer von ihnen wurde ein Freund, Köln. Ab dem 18. Februar wird Amira Pocher bei Let's Dance RTL um den Titel Dancing Star 2022 kämpfen. Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht und der 29-Jährige wird gegen 13 weitere Promis antreten. Mit dabei ist auch Cheyenne Ochsenknecht. Die Amira in der Vergangenheit kontaktiert hat Amira Pocher hat bei Let's Dance Kontakt zu einer Konkurrentin aufgenommen. Amira Pocher will Dancing Star 2022 gewinnen und allen bei Let's Dance RTL zeigen, wie sie das kann. Doch anstatt die anderen Kandidaten im Umfeld von Mike Singer oder Michelle herauszufordern, scheint sich die Ehefrau von Oliver Pocher mit einem von ihnen anzufreunden. Weitere Promis 024 Cheyenne Ochsenknecht 21 ist die betroffene Person. Wie die 29-Jährige in ihrem Podcast, die Pochers hier, verriet. Audio Now soll sie via Instagram eine Nachricht an Amira geschickt haben. Amira sagte zu ihrem Mann Uli, sie hat mir sehr nett geschrieben, dass sie auch sehr aufgeregt und glücklich sei. Amira Pocher, ist Let's Dance 2022 das erste Mal eine Freundschaft entstanden? Amira Pocher, 29, und Cheyenne Ochsenknecht, 21, scheinen bereits eine Freundschaft zu entwickeln. Schließlich sind sie beide Mütter mit Kindern zu Hause und bei Let's Dance RTL. Deshalb hat Amira mit RTL eine einzigartige Vereinbarung getroffen. Beide haben Vorkenntnisse, die in die 15. Staffel gehen. Amiras Ehemann Oliver Pocher, 43, hat viel über seine Zeit bei RTL, Let's Dance zu erzählen. In der 12. Saison 2019 wurde er siebter. Cheyennes Bruder Jimmy Blue Ochsenknecht, 30, war 2011 bei Let's Dance, dabei, musste aber wegen eines gebrochenen Fußes vorzeitig gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020